Hallo, ich bin Ralf Junge, ich bin Trainer in Urspringen. Wir haben für euch ein Video zusammengestellt, in dem mit Malik Müller und Lukas Steiger, zwei der besten Werfer Deutschlands, die Übungen vormachen. Und ich hoffe, dass die beiden euch Inspiration sind, ein guter Werfer zu werden und dass ihr euch von den beiden Dinge absehen könnt, was Wurftechnik angeht, was Koordination und was Intensität in den Drills angeht und hoffe, dass sowohl ein Schweinsteiger wie ein Lukas Steiger von diesen Drills profitieren können. Mit den im Video gezeigten Übungen wollen wir die Einsteiger ansprechen, genauso wie die Trainer oder Spieler, die schon auf höherem Niveau sind. Es sollte für jeden was dabei sein. Das Thema Shooting, denke ich im Basketball das Wichtigste. Ein guter Wurf gehört zu jedem Spieler. Wir beginnen in einer theoretischen Einleitung. Wir zeigen euch verschiedenste Übungen im Eins gegen Null. Wir haben verschiedenste Fußtechniken in dem Wurf. Reverse Pivot, Front Pivot, Außenflare, Außendribbling. Verschiedene Varianten, wie ihr in Würfe geht, was für Techniken ihr habt. Wir steigern die Schwierigkeitsgrade, dass wir Zusatzübungen vor die Würfe setzen, sei es koordinative oder athletische Übungen, ein bisschen kreative Sachen. Wir wollen euch ein bisschen die Bandbreite zum Thema Werfen darstellen. Das Ziel eines jeden Spielers sollte sein, in jedem Jahr besser zu werden. Somit hoffe ich, dass für jeden was dabei ist, dass ihr Übungen findet, die euch weiterbringen im Basketball, die euch besser machen.